Geld verdienen an den Börsen. Und zwar auch dann, wenn es an den Börsen mal nicht so gut läuft. Das würden wir alle gerne. Und darüber sollte man auch mal nachdenken, wie man das anstellen könnte. Es ist nämlich nicht abwegig, dass es an den Börsen jetzt in Zukunft nicht mehr so gut läuft. Und zwar unter Umständen jahrelang. Und an den Börsen brennt es buchstäblich. Hier zum Beispiel letzte Woche in Kopenhagen. Zum Glück war es da nur die alte Börse, die gebrannt hat. Damit ist jetzt zwar ein Denkmal kaputt von ungeschätzten Wert, aber der Handel ist weitergegangen. Gott sei Dank. Und okay, an den anderen Börsen, da war es jetzt vielleicht nicht ganz so dramatisch. Aber man merkt schon, den Anlegern wird es jetzt doch ein bisschen unwohl. Hier ist der breite amerikanische S&P 500 Index, der Einjahreschart von TradingView. Wir haben einen sehr starken Anstieg gehabt seit Ende Oktober. Und jetzt aber die letzten Wochen plötzlich dieser Knick. Der war natürlich auch irgendwie überfällig, ist auch klar. Aber jetzt mal ungeachtet dessen, ob das jetzt nur ein Rücksetzer ist oder ob damit jetzt eine längere Korrektur auch anfängt. Aber viele machen sich jetzt schon auch grundsätzlich ein paar Sorgen. Und zwar erstens darum, ob man da jetzt am Markt nicht schon viel zu optimistisch war, ob man da jetzt nicht schon Traum-Szenarien eingepreist hat, die man jetzt aber doch wieder hinterfragen muss. Und zweitens aber eben auch wegen den hohen Bewertungen. Die Grafik hier habe ich schon mal gezeigt. Die ist aus dem Guide to the Markets von JP Morgan. Wie hat sich der S&P 500 Index sonst immer entwickelt bis jetzt abhängig von seiner Bewertung? Auf ein Jahr links, auf fünf Jahre rechts. Auf der waagerechten Achse, da haben wir dann immer die KGV-Bewertung und senkrecht die Performance. Das schwankt natürlich alles. Die Punkte liegen da auch weit auseinander. Aber es gibt da trotzdem einen Trend. Siehe die gelbe Linie. Je höher das KGV ist, desto niedriger sind danach oder ist danach die durchschnittliche Performance. Und bei einem KGV von 21 am Ende vom ersten Quartal, das ist der große rote Fleck. Da, wo wir jetzt sind, da sind wir eben schon an einem Punkt, wo man sagen muss, die Renditen, die man jetzt erwarten kann, die sind nur noch minimal, rein statistisch. Sowohl auf ein Jahr, als auch vor allem annualisiert auf fünf Jahre. Und es gibt auch ähnliche Auswertungen. Das hier, fast das Gleiche von der Bank of America, nur auf zehn Jahre. Also der gleiche Befund auch hier. Die Durchschnittsrendite, die man erzielt hat bei so einer Bewertung, die ist zwar immer noch leicht positiv, aber sie ist ziemlich mickrig. Und das dann noch verbunden mit der kühnen Aussage von der Bank of America, dass die Bewertung mehr als 80 Prozent von der künftigen Rendite erklären würde. Das sind ja tolle Aussichten. Das hat so gar nichts mehr zu tun mit den letzten 40 Jahren, wo Aktien ja wie von selber gestiegen sind. Und jetzt kann man natürlich sagen, es gibt Lügen, es gibt verdammte Lügen und es gibt Statistik. Aber man darf das ja nicht verwechseln. Die Statistik, die sagt uns ja nicht, dass es genau so jetzt wiederkommen wird. Aber sie sagt uns eben doch, bis jetzt war das immer so. Und davon mal abgesehen, dass wir ja immer meinen, mit Aktien kann uns langfristig nichts passieren, weil die würden ja immer langfristig sechs bis acht Prozent Rendite pro Jahr abwerfen. Das ist ja auch kein Naturgesetz, sondern das ist ja auch nur so eine Statistik. Und auch wenn man die jetzt für Bademünze nehmen würde, was ich persönlich für sehr naiv halte, aber auch dann hat es immer Phasen gegeben, wo man mit Aktien lange nichts verdient hat. Hier der S&P 500 Index zum Beispiel von 1926 bis 1956. Wenn sie kurz vor dem großen Crash und der Depressionen 1929 gekauft hätten, dann hat es 25 Jahre gedauert, bis sie wieder im Plus waren. Oder hier die Phase von 1965 bis 1980. 15 Jahre hohe Schwankungen, aber unterm Strich nichts passiert. Der japanische Nikkei, auch ein Klassiker, ab 1989, vor 35 Jahren, da ist er eingebrochen. Und sie sind erst jetzt wieder im Plus. Und hier China-Aktien, der Hang Seng China Enterprises Index, das Allzeithoch war schon 2007. Seitdem ist er 71 Prozent im Minus. Und wenn der seine sechs bis acht Prozent Durchschnittsrendite noch schaffen will, dann muss er sich langsam mal heranhalten. Hoffentlich wissen die das in China überhaupt, dass die Statistik ja eigentlich auch da gelten sollte. So oder so, es ist also nicht abwegig, dass wir an den Börsen jetzt möglicherweise jahrelang nichts mehr verdienen. Und selbst wenn wir die hohen Bewertungen jetzt nicht hätten, wir wissen ja trotzdem nicht, wir wissen es nie, was in Zukunft kommt. Wir müssen also eigentlich immer mit sowas rechnen. Die Frage ist aber, was tun, wenn man es verdenkbar hält, dass jetzt nicht mehr viel passiert? Wie richtet man sich darauf ein? Denn es kommt natürlich immer darauf an, also wenn Sie jetzt blutjung sind zum Beispiel und Sie haben gerade erst mit Aktien angefangen, dann sagen Sie vielleicht, ist mir auch egal, das werde ich schon durchstehen, so eine lange, schwache Phase. Wenn Sie jetzt aber schon in Rente sind und es geht darum, können Sie jetzt Weltreisen machen oder können Sie nur im Wald campieren oder können Sie sich jetzt ein neues Haus kaufen oder kriegt nur Ihr Hase ein neues Haus, dann ist das schon was anderes. Aber grundsätzlich fragt man sich eben vielleicht, wie sichere ich mein Depot ab für schwierigere Zeiten? Man kann sein Depot im Prinzip zu 100% absichern. Also Sie haben jetzt zum Beispiel DAX ETFs für 30.000 Euro und dann kaufen Sie sich genauso viele Puts- oder Short-Zertifikate für den gleichen Betrag. Das kann man machen, es macht nur keinen Sinn, weil das Einzige, was dann passiert, egal wohin der Markt läuft, Sie werden dann keinen Gewinn mehr machen und Sie zahlen dann aber noch zusätzlich Geld für die Absicherung. Man kann sich natürlich ab und zu ein bisschen Absicherung kaufen, ab und zu mal ein paar Putz, die aus dem Geld liegen oder so. Und das macht man dann auch am besten dann, wenn es am Markt gerade gut läuft, wenn die Volatilität niedrig ist. Das kostet dann nicht so viel. Aber Vollabsicherung, die funktioniert nicht. Wer am Markt kein Risiko eingeht, der kriegt eben auch keine Rendite. Stopp-Kurse sind natürlich immer ein Thema, halte ich auch für sinnvoll im Großen und Ganzen. Aber auch die haben natürlich ihre Tücken. Wenn Sie jetzt 20 Aktien haben und bei jeder ist das Stopp jetzt 10% unterm aktuellen Kurs und der Markt geht aber um 12% runter und danach geht er wieder rauf, dann sind die meisten von Ihren Aktien weg. Und Sie haben die aber sehr wahrscheinlich auch nicht gleich wieder ersetzt alle. Und gerade, wenn man dann in so einem längeren Seitwärtsmarkt ist mit vielen Aufs und Abs, dann wird das Ganze irgendwann mal teuer und nervig. Das Beste ist wahrscheinlich, wenn man Stopp-Kurse nicht zu starr setzt, sondern wenn man die vielleicht staffelt, damit man dann in einer Korrektur, die ja vielleicht auch nur vorübergehend ist, damit dann nicht das gleiche, das ganze Depot gleich weg ist. Und dann gibt es aber eben noch Finanzprodukte. Und da schauen wir uns jetzt erst mal Aktienanleihen an. Die haben meistens die tollsten Namen im Einzelfall, aber das Prinzip ist im Großen oder Ganzen meistens das Gleiche. Es geht da um einen Basiswert, um eine Aktie oder einen Index, einen oder mehrere. Und Sie kriegen einen festen Zins für die Anleihe. Und wenn der Basiswert steigt, dann kriegen Sie Ihr Geld zurück. Und wenn er fällt, dann kriegen Sie aber den Basiswert ausbezahlt. Und meistens noch mit einem Puffer, 20 Prozent zum Beispiel. Und wenn der Basiswert dann eben nicht um mehr als 20 Prozent gefallen ist, dann kriegen Sie trotzdem noch Ihren Kaufkurs zurück. Das sind Produkte, die werden oft belächelt. Und viele sagen auch, so etwas würde ich doch nie kaufen. Wenn es schlecht läuft, dann trage ich das Risiko. Und wenn es gut läuft, dann profitiere ich nicht groß davon. Und genau so ist es ja auch. Sie übernehmen das Risiko für einen Basiswert für eine bestimmte Zeit. Dafür kriegen Sie einen Zins. Sie machen also ein Stillhaltergeschäft. Und klar, wenn es gut gelaufen wäre, dann hätten Sie lieber direkt den Basiswert haben sollen. Aber eins ist eben auch klar. Wenn Sie Märkte haben, die jahrelang seitwärts laufen, dann sind Sie mit sowas besser dran. Dann haben Sie nämlich trotzdem noch was verdient. Sogar wenn es in der Tendenz unterm Strich runter geht. Und mit dem Basiswert selber, da hätten Sie dann aber nichts mehr verdient. Und darum mischen sowas viele auch bei. Auch Profis, auch Institutionelle. Falls es eben mal nicht nur nach oben geht. Hier zwei Beispiele. Das ist jetzt Werbung von der Seite von der Comdirect Bank. Ich habe mit denen keine Kooperation oder sowas. Und das ist jetzt auch keine Empfehlung von mir. Aber so sieht sowas eben aus. Zwei Aktienanleihen. Einmal auf Tesla und einmal auf Volkswagen. Bei Tesla kriegen Sie 13,5% pro Jahr. Bei Volkswagen 8,8%. Warum? Weil die Tesla-Aktie volatiler ist. Das heißt, Sie übernehmen da auch mehr Risiko. Und die Aktie darf eben auch um 25% fallen, bevor Sie die angedient kriegen. Und die Volkswagen-Aktie darf aber nur um 20% fallen. Und das Ganze gibt es natürlich auch auf Indizes. Und wann kauft man sich sowas? Hier haben wir zum Beispiel die Tesla-Aktie auf ein Jahr. Die ist ja jetzt schon ziemlich gefallen. Und vielleicht sind Sie ja ein Fan von der Tesla-Aktie und sagen, die ist zu billig. Die wird sich wieder fangen, früher oder später. Dann können Sie natürlich einfach Tesla-Aktien kaufen. Sie können aber eben auch sagen, ich mache mir ein paar von diesen Anleihen noch dazu, falls die Aktie dann eben doch nicht sofort wieder steigt. Und außerdem kauft man sich natürlich Aktienanleihen dann, wenn man eben grundsätzlich der Meinung ist, ich will mich absichern dagegen, dass die Börsen nicht mehr steigen. Und idealerweise kauft man sie auch dann, wenn die Volatilität am Markt gerade hoch ist. Dann sind auch die Zinsen höher, die Sie dafür kriegen. Und wenn Sie schon Risiko übernehmen, dann ja am besten dann, wenn das auch gut bezahlt wird für Sie. Was anderes, über das auch viele die Nase rümpfen, das sind Kapitalschutzanleihen. Die sind meistens auf einem Index. Und wenn der fällt, dann kriegen Sie, wenn Sie die gekauft haben, trotzdem zu 100 Prozent Ihren Einsatz zurück. Am Laufzeitende. Und dafür müssen Sie aber, wenn der Basiswert steigt, irgendwas abgeben. Also Sie kriegen zum Beispiel nur einen Teil von dem Gewinn dann oder das Ganze ist irgendwie gedeckelt. Sie haben also null Risiko mit dem Ganzen, aber dafür im Erfolgsfall weniger Gewinn möglicherweise. Und über Kapitalschutzprodukte, da ist ja auch schon viel Negatives geschrieben worden. So in die Richtung, so ein Quatsch. Man muss doch auch an die Opportunitätskosten denken, die man hat. Und nur Kapitalschutz, das gleicht ja noch nicht mal die Inflation aus. Aber wenn Sie direkt investiert gewesen wären und der Basiswert fällt um 50 Prozent, wo ist da dann der Inflationsausgleich? Und es kann natürlich auch passieren, sowas immer. Und wenn es passiert, dann schlagen Sie wahrscheinlich drei Kreuze, wenn Sie stattdessen ein Kapitalschutzprodukt haben und nicht direkt investiert waren eben in den Basiswert. Und den können Sie dann ja immer noch nachkaufen und zwar billiger. Also ich finde Kapitalschutzprodukte sehr nützlich, sehr sinnvoll. Und darum kriegen Sie von mir diese Woche auch eine Hauspost mit ein paar konkreten Beispielen dafür. Also welche Basiswerte haben wir da gerade am Markt? Wie genau sind da die Konditionen? Und die Hauspost, die kommt jetzt wahrscheinlich erst am Ende der Woche, aber sie ist gratis. Das heißt, wenn Sie sie noch nicht kriegen, schauen Sie einfach, dass Sie sich schnell noch eintragen dafür auf www.heinrichs-hauspost.de. Man soll natürlich immer bei solchen Produkten nur das kaufen, was man auch verstanden hat. Dann muss man auch das eminenten Risiko bedenken. Das hat man auch immer noch. Aber grundsätzlich halte ich sowas eben auch trotzdem für eine sehr gute Beimischung. Gerade auch, wenn man eben Bedenken hat, ob es die nächsten Jahre eben immer noch ständig aufwärts geht. www.heinrichs-hauspost.de Wovor haben die Anleger am meisten Angst gerade? Dass die Zinsen doch nicht fallen. Die Zinsen sind jetzt nämlich wieder gestiegen die letzten Monate. Hier zum Beispiel die Rendite auf US-Staatsanleihen mit 10 Jahren Laufzeit. In der Zinssenkungseuphorie, die wir letztes Jahr gehabt haben, da sind sie runtergegangen. Sie sind runtergegangen bis auf 3,8 Prozent. Aber jetzt sind wir eben schon wieder bei 4,6 Prozent. Und da sehen Aktien dann nicht mehr besonders attraktiv aus dagegen. Aber gerade drum sollte man sich auch fragen, ob man nicht auch mal ein bisschen in Anleihen rein sparen sollte. Viele Privatanleger machen das nämlich überhaupt nicht. Und dafür hat es ja auch jahrelang keinen Grund gegeben eigentlich. Aber jetzt gibt es eben wieder Zinsen auf Anleihen. Und wenn sie dann eben doch irgendwann mal wieder fallen, davon geht man ja nach wie vor aus, dann steigen natürlich die Anleihenkurse. Natürlich gibt es jetzt auch die Möglichkeit, dass die Zinsen noch weiter steigen. Ist klar, das ist für Anleihen dann schlecht. Aber für Aktien wäre das dann natürlich erst recht schlecht. Ansonsten, was gibt es noch? Dividendenaktien. Damit macht man sein Depot auch defensiver. Und es kommt mit Dividenden über die Dividenden dann eben auch Geld rein, wenn der Markt mal nicht steigt. Es sollten dann natürlich auch gute Dividendenaktien sein. Ist klar. Vorsicht bei solchen Aktien, wo die Dividendenrendite unnatürlich hoch ist, weil da ist dann oft auch was faul. Und wenn die Aktie dann noch viel stärker fällt als der Markt, dann bringt man irgendwann mal die hohe Dividendenrendite auch nichts mehr. Und was auch helfen kann in schweren Zeiten, das ist natürlich einfach Cash. Einfach mal ein bisschen Geld rausnehmen aus dem Ganzen, wenn mal wieder alles überhitzt ist, auf die Seite tun. Rebalancing. Man kann ja dafür dann in schwachen Phasen dann auch wieder nachkaufen. Und den optimalen Einstieg und optimalen Ausstieg, den werden Sie dabei nie treffen. Das ist völlig klar. Aber das werden alle anderen Anleger auch nicht. Und darum, ich finde, man kann sowas auch relativ gelassen sehen mal. Es gibt jetzt natürlich viele, die sagen, dass man sowas überhaupt versucht. Bisschen einsteigen, bisschen aussteigen. Das ist ja schon das Schlimmste, was man überhaupt machen kann. Und das Wichtigste für den Anleger, das ist ja angeblich, dass man immer voll investiert ist. Und da gibt es auch gerade unzählige Artikel darüber, wie sich die Performance verschlechtert hätte in den letzten 20 Jahren, wenn man nur die besten 10 Handelstage da verpasst hätte. Und klar, sie verschlechtert sich damit natürlich deutlich. Aber bei allem Respekt, was man bei sowas nie hört, das ist, um wie viel besser wäre die Performance gewesen, wenn man an den schlechtesten 10 Handelstagen nicht dabei gewesen ist. Es ist natürlich klar, dass man so argumentiert, wenn man 40 Jahre Bullenmarkt hinter sich hat. Die meisten kennen ja auch gar nichts anderes. Und sie denken alle, sie waren supergute Anleger die ganze Zeit. Im Rückblick, wenn man weiß, dass es immer wieder nach jedem Rücksetzer schnell wieder hochgegangen ist, dann ist das natürlich alles leicht zu sagen, dass jede Art von Vorsicht und jede Art von Risikomanagement, dass das alles nur Schwachsinn ist und dass sowas nur Loser machen. Und dann ist es eben auch leicht zu sagen, so wie hier in der Wirtschaftswoche, droht uns jetzt der Börsencrash und wenn schon. Aber für mich ist das alles zu einem guten Teil eben Bullenmarkt, Bullshit. Und wie schon mal gesagt, wenn man den Salat dann hat und wenn der DAX dann wirklich mal um 80 Prozent einbricht, so wie von 2000 bis 2003, dann schreibt plötzlich keiner mehr und wenn schon. Sondern ich erinnere mich noch sehr gut, dann schreibt plötzlich jeder, wie konnten die Anleger bloß so blind sein, so blind optimistisch sein und in ihr Verderben rennen damit dann. Das hier ist die eierlegende Wollmilchsau. Der angloamerikanische Fachterminus ist the egg-lying check of all trades. Die kann alles. Und so wünscht man sich natürlich auch sein Portfolio. Das ist in den guten Marktphasen natürlich voll outperformt, aber in den schlechten Marktphasen, da ist es dann gleichzeitig total wetterfest. Nur die eierlegende Wollmilchsau, die gibt es leider nicht, sehr wahrscheinlich. Und wenn man da zu rigide ist, zu vorsichtig, wenn man sein Depot mit zu viel Absicherung vollstopft, dann sieht es am Ende eher so aus, das hier ist ein Wolperdinger, der englische Fachterminus ist Lacquerlobe und vor allem hier bei uns im bayerischen Süden, da ist der sehr verbreitet. Es ist eher eine Frankenstein-Kreatur und sagt auch viel über unsere seelische Verfassung hier aus. Sowas wollen wir natürlich nicht. Und natürlich ist das alles mit dem Absichern auch eine Geschmacksfrage. Und es ist auch eine Frage von Ihrer Markteinschätzung. Aber wie gesagt, wenn man will, man kann ein Portfolio defensiver machen, mit Bonds, mit guten Dividendenaktien, mit Rebalancing und aber eben auch mit strukturierten Produkten, mit Aktienanleihen und mit Kapitalschutzprodukten. Und in Bullenmärkten, da werden Sie damit dann den Markt eben wahrscheinlich nicht mehr schlagen. Aber die Frage ist ja auch, ob das wirklich das große Problem ist, wenn Sie das nicht tun. Weil in den Bullenmärkten, da verdienen Sie sehr wahrscheinlich sowieso Geld. Aber möglicherweise gibt es eben nicht immer nur Bullenmärkte in Zukunft. Und da wollen Sie dann ja auch noch ein bisschen Geld verdienen oder wenigstens jetzt nicht so viel Geld verlieren, wie wenn Sie voll investiert werden. Und zu Kapitalschutzprodukten, wie gesagt, gibt es von mir eben diese Woche noch die Hauspost. Ende der Woche denken Sie daran, dass Sie sich noch rechtzeitig dafür eintragen auf www.heinrichs-hauspost.de Und die Hauspost ist auch natürlich gratis. Und ich weiß, das ist unglaublich nett von mir, dass ich das für Sie tue. Und wenn Sie im Gegenzug für mich auch was tun wollen, zum Kanalabo geht es hier unten. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen. Dankeschön. 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 Vielen Dank.